So, da sind wir wieder. Zwei Stunden und 23 Minuten. Wir sind absolviert und eine weitere Etappe vom Hoffnungslauf haben wir hinter uns gebracht. Wir sind wieder da und wie gesagt immer noch bewölkt. Leider muss man dazu sagen, aber wir freuen uns natürlich jetzt morgen auf die Kinonacht. Es gibt immer noch Karten für die Kinonacht am Dienstag, den 7. in Singen und dafür haben wir uns was ganz Besonderes einfahren lassen. Denn kein geringerer als Sat.1 Big Loser Gewinner Marc Heile wird also 40 Tickets exklusiv verschenken. Ihr habt richtig gehört. Verschenken an die ersten 40 Gäste und zwar in Streetstyle in der Boutique in Singen. Kommt vorbei in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Habt ihr die Möglichkeit eines der 40 exklusiven Tickets für die Kinonacht am kommenden Dienstag in Singen im Cineplex noch zu ergattern. Wenn ihr also dabei seid, die ersten 40 Besucher werden also eine Ticketbox noch erhalten und natürlich ein Autogramm exklusiv von Sat.1 Big Loser Gewinner Marc Heile. Einen Tag später sind wir dann bereits in Friedrichshafen, ebenfalls bei der Kinonacht in Friedrichshafen mit einem weiteren Highlight. Ebenfalls der Film mit ganzer Kraft. Wir werden dabei sein und natürlich am 9. die dritte Nacht. Da sind wir in Konstanz im Scala Kino an der Marktstätte. Auch hierfür gibt es noch Kinos an den besagten Kassen. Also ab 19 Uhr geht es los. Dann werden wir euch empfangen mit Sekt und natürlich auch mit der Presse vor Ort. Und ab 20 Uhr präsentieren wir euch den bewegenden Film mit ganzer Kraft. Ein Film, der bewegt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch. Das war für euch der Hoffnungsläufer Harry Ohlik und läuft. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.